Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein neues Video und zwar war ich bei Action. Ich habe Papier, wir haben Sticker, wir haben Stempel, wir haben Stanzen, wir haben DIY-Sets, wir haben eigentlich alles, was das Basteller-Herz begehrt. Zwar nicht alles so oft, wie ich es gerne hätte, aber ich will mich ja nicht beschweren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, nein, das war alles nicht ein Einkauf, ich glaube ich war 5 oder 6 oder 7 Mal dafür da. Jetzt habe ich alles und wir fangen jetzt mal an, würde ich sagen. Als allererstes habe ich diesen Block gekauft, den habe ich schon mal, aber ich finde ihn so schön, deswegen habe ich ihn jetzt noch ein zweites Mal gekauft, der kostet 99 Cent. Und mir fehlt jetzt nur noch dieser Vintage-Flower-Block, den hätte ich auch sehr gerne, aber den habe ich bislang noch nirgendwo bekommen. Und schaut mal bitte, wie schön der ist. Ich mache es jetzt auch nicht zu lang, weil ich den euch schon mal gezeigt habe. Aber so Farbverläufe und sowas ist halt total mein Ding. Ich glaube, das seht ihr tatsächlich ganz gut. Gut, ich finde den Block einfach richtig schön. Ich könnte ihn, glaube ich, auch 10 Mal kaufen, aber ich habe keinen Platz, Leute. Es ist echt schlimm. Es ist zurzeit echt schwierig, wenn ich neue Sachen habe, dass ich die noch irgendwo unterbringen kann. Sie muss ich jetzt langsam echt zweimal überlegen, bevor ich was kaufe, aber den brauche ich zweimal. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, was soll ich sagen? Ich liebe Glitzersteinchen und ich habe ein paar gekauft. So sehen die neuen Packungen aus und so sahen die alten Packungen aus. Also je nach Action findet man die in dem Design oder in dem. Sind aber vom Grunde her alles die gleichen. Und online sind, glaube ich, beide abgebildet. Und ja, das sind solche, die so richtig, richtig funkeln. Es gibt ja auch noch die langen, die in der Kinderabteilung sind. Die sind ganz cool, aber die finde ich wirklich wunderschön. Und die gab es relativ lange nicht. Und deswegen habe ich jetzt von allen, glaube ich, zwei bis vier Packungen, je nachdem, wie gut sie mir gefallen hat. Und ich habe die bei mir so oft bewahrt in so einem Magazin, wo sonst eher Schrauben und so drin sind, dann zusammengeschnitten und da so reingetan, damit ich die immer griffsbereit habe. Und ja, ich werde ganz viel kaputt schneiden müssen. Aber ja, das ist einmal die erste Packung mit so einem Gelb, Gold und einem Pink. Die habe ich dreimal gekauft. Dann habe ich dieses Grün hier. Das ist einmal hellgrün und dunkelgrün auch dreimal geholt. Und je nachdem, wie das Licht halt ist, ist es auch eher türkis. Also die sind einfach wunderschön. So, dann habe ich hier noch helle und dunklere Pinktöne. Dann haben wir hier jetzt noch so lila Töne. Das sind meine absoluten Lieblingsfarben. Ich packe die einmal aus, dann funkelt das. Ja, ich packe, glaube ich, alle jetzt mal aus, weil dann sieht man die Farben doch nochmal besser. Und das ist so, so schön. Dann dieses dunkelblau und das ist so ein silberblau. Auch total schön. Dann haben wir die. Das sind ganz normale silberne und so ein orange. Auch voll, also ja. Ich finde die alle schön, sonst hätte ich ja nicht so viele gekauft. Die sind nochmal sehr ähnlich. Also das ist, das Set ist quasi eine Mischung aus den beiden. Deswegen nur zweimal. Die finde ich auch richtig schön, weil das so ein richtiges Quietschgrün ist. Das habe ich leider nur einmal bekommen. Und dann haben wir hier noch das Set. Ich wollte sie euch ja auspacken. So schön und ich glaube, man sieht das richtig gut, wie die funkeln. Wie ihr seht, ich war ein bisschen verrückt und habe sehr viel gekauft. Und auch das habe ich nicht alles einmal bekommen, sondern da ein, da ein. Und am Ende hatte ich halt ein paar. Und da kostet eine Packung 72 Cent. Dann habe ich jetzt auch endlich die letzten Stempelsets bekommen, die mir gefehlt haben. Halleluja. Das hat gedauert. Und zwar einmal dieses Set. Da finde ich tatsächlich das mit den Linien ganz cool. Die kosten wie immer 79 Cent. Und ich finde die von der Qualität echt gut für das, was sie kosten. Dann schaut euch mal bitte dieses Set an. Wie wunderschön ist denn bitte diese Blume hier unten. Wunderschön einfach. Ach ja, richtig, richtig schön. Und auch die Lilien. Lilien sind meine Lieblingsblumen. Bin ich auch richtig glücklich. Und dann gab es noch dieses Buchstabenset. Auch das Happy Birthday fand ich echt schön. Und was ich halt auch ganz cool fand, dass mein Ad dabei ist. Weil das fehlt mir tatsächlich ganz oft. Und auch das Unzeichen. Wie gesagt, 79 Cent jeweils. Dann habe ich jetzt auch alle vier Blöcke zusammen, die so geprägt sind. Finde ich tatsächlich auch sehr cool. Zeige ich euch natürlich. Ist so ein, naja, ihr seht das, glaube ich. Und die Farben sind immer zweimal drin. Mit Muster. Und, ja, einfach richtig schön in unterschiedlichen Farben. Und es fühlt sich auch richtig gut an, das Papier. Manchmal hat man ja bei geprägten Papier so ein bisschen das Problem, dass es ein bisschen, naja, zu sehr geprägt ist. Und man das Gefühl hat, es fällt gleich auseinander. Aber das hat man da gar nicht. Und ich hoffe, man sieht das gut. Weil ich finde den richtig toll. Und von vorne, finde ich, geht das wieder ein bisschen unter. Weil man natürlich nicht alle Farben sieht. Weil so, finde ich, sieht der jetzt nicht so super spektakulär aus. Aber ich mag den echt gerne. Und der Block kostet 1,79. Kommen wir jetzt mal zu einem, der ein bisschen farbenfroher ist. Achso, der erste hieß Jungle Forever. Und das ist Pastel Sweets. Und das ist 250er Gramm Papier. Hier haben wir mal weiß. Kann man natürlich auch immer gebrauchen. Dann ein bisschen rosa. Hellblau mit diesem... Es sieht doch einfach toll aus. Und wenn man die Farbe nicht mag, sieht man es hier gut. Nehmt die einfach zur Rückseite und arbeitet mit dem Negativ. Also, wirklich toll. Dann hier haben wir das schöne Lila. Das ist auch eine tolle Farbe. Das ist so ein richtig schönes Frühlingstirkis. Ich mag die echt sehr gerne. Dann haben wir wieder was Weißes. Ein bisschen rosa. Blau. Das mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Aber ich stehe ja auch nicht so auf Vierecke. Das dann nochmal in Lila. Wieder dieses Mint mit Punkten. Und nochmal in Gelb. Auch ein sehr schöner Block. Dann haben wir jetzt noch Retro Vibes. Das fängt mit Stern an. Das ist sehr hübsch. Dann haben wir wieder Weiß. Das ist eine knallige Farbe. Und Vierecke. Das ist jetzt nicht so meins. Das gefällt mir der Farbton tatsächlich ein bisschen besser. Schön. Ich mag Stern. Und man fühlt es halt so. Und das ist so Streichelpapier. Dann haben wir es nochmal in so einem Gelb-Orange. Das ist auch irgendwie süß hier mit dem Blümchen. In Weiß mag ich es tatsächlich nicht so gerne. Ich finde, da geht das Motiv ein bisschen unter. Dann haben wir wieder leuchtendes Rot. Dieses Orange-Beech-Aprikot. Das ist auch sehr schön. Schaut mal. Und nochmal in Orange-Gelb. Auch sehr schön. Also bislang mag ich alle. Hab die noch nicht durchgeblättert. Ich gucke mir die Fronten an. Denk habe ich noch nicht. Brauche ich. Und das ist jetzt der letzte. Der sieht auch schön aus. Und von den Farben her gefällt der mir auch. Cool Blue Tones. Da müsste es ja jetzt eigentlich auch nochmal mit Cool Yellow Tones und Red Tones. Und davon kann es gerne mehr Blöcke geben. Ja, das sind so schöne Farben. Dann die Weißen. Das ist auch ein richtig schöner Blauton. Oh, das ist ja eine geile Farbe. Das erinnert mich total an Faunengrün. Oh, hübsch. Dann mit Streifen. Das leuchtet so richtig. Sieht in der Kamera so blau aus. Aber es ist eher ein Grün als ein Blau. Das ist ein schönes Blau. Sehr hübsch. Dann nochmal so ein bisschen Pastelliger. Weiß. Also auf die Weißen könnte ich fast verzichten, weil man kann ja die Rückseite benutzen. Aber die sind richtig schön, die Blöcke. Schaut doch mal. Diese Farbe alleine. Okay, das sieht ein bisschen witzig aus und fühlt sich unfassbar witzig an. Und dann nochmal in Dunkelblau. Sehr, sehr schöne Blöcke, muss ich echt gestehen. Wie gesagt, 1,79. Und die 4 gibt es. Da! Die neuen Stanzen. Es fehlen mir immer noch 6. Also ich habe quasi die erste Charge bekommen. Aber die anderen fehlen mir. Ich zeige euch jetzt aber mal, welche ich bekommen habe. Die kosten 3,33 Euro. Damit habe ich schon so coole Karten gesehen. Man kann da ein Tic-Tac-Toe-Feld raus. Nee, nicht Tic-Tac-Toe. Wie gewinnt, kann man da raus machen. Oder man macht darauf einen Aufleger. Und dahinter gucken einen dann kleine Häschen an zu Ostern oder so. Also so viele Ideen. Richtig schön. Hier so ein bisschen orientalisch. Ich mag die Monde total gerne. Und auch dieses Zeichen. Das kann, glaube ich, ein richtig schöner Tag sein. Ich zeige euch natürlich noch einmal die Rückseite. Vor Ex. Und auch hier. Ich mag das total gerne. Dann einmal hier dieses Kameraset mit den Kreisen. Kreise sind ein bisschen groß, finde ich persönlich. Aber die Sterne sind auch wieder cool. Und so sieht das einmal aus. Also wenn man das so sieht, ist es doch toll, oder? Dann haben wir hier was für Urlauber. Finde ich die Tags tatsächlich richtig cool. Das erinnert mich ein bisschen an eine Stanze von blau-weiße Verpackung. Ich weiß es gerade nicht. Habe ich aber hier. Ja, Studio Lines. Aber in meiner Erinnerung sahen sich die Stanzen deutlich ähnlicher. Also Abbruch. So ähnlich sehen sie sich doch nicht. Aber das finde ich auch richtig schön hier mit dem Eingeprägten. Das wird quasi nicht ausgestanzt, oder? Oh, vielleicht wird es sogar ausgestanzt. Aber sehr schön mit den Flugzeugen. Oh, guckt mal, wie schön. Ja, es wird ausgestanzt. Richtig, richtig hübsch. Das ist so eine tolle Urlaubskarte. Dann haben wir einmal die hier. Mit dem Farbklecks finde ich auch sehr schön. Dass man hier einen Füller rausbasteln kann, glaube ich ja noch nicht so. Aber dieses Herz mit Farbklecks auch sehr, sehr hübsch. Und Rahmen kann man eigentlich immer gebrauchen. Und hier sieht man ganz gut das Beispiel. Wie gesagt, das Herz finde ich auch richtig hübsch. Und als letztes habe ich dann noch die Kinopackung bekommen. Und alleine diese Filmreihenstanze ist ja wohl der Oberknallerhammer. Und dann hier noch das große Ticket. Also ja, einfach toll. Hier ist nochmal das Beispiel für euch. Die sechs habe ich. Die anderen sechs fehlen mir noch. Möchte ich auch unbedingt haben. Aber ich bin guter Dinge, dass die irgendwann es auch nach Hamburg schaffen. Hoffentlich. So, und jetzt habe ich noch Osterbastelkits. Einmal diese fünf Stück. Die hat mein Freund mir mitgebracht. Ich zeige euch die einmal. 69 Cent kosten die. Und das sind dann wirklich so 3D gebastelte Sachen mit Kleber drin. Dann gibt es einmal hier dieses Huhn in dem Eibecher da. Dann einmal das hier. Das finde ich tatsächlich ganz niedlich. Und das auch nur. Das Huhn finde ich ein bisschen albern. Dann einmal das hier. Das finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Und das. Und ich würde jetzt mal sagen, wir packen das mal aus. Und gucken uns das mal ein bisschen von nahem an. Ja, das sieht ja zum Glück gar nicht kompliziert aus. Also wir haben jetzt hier sechs Ausstandsbögen. Diesen Kleber. Und zum Glück eine Anleitung. Ich finde es schon mal gut, dass man als erstes den Kleber öffnen soll. Und dann ist genau erklärt, was man wie aneinander klebt. Und ich würde sagen, wir kleben das jetzt einfach mal zusammen. Und gucken mal, ob ich das hinbekomme. So, also als erstes der Kleber. Ah, da ist so ein blaues Schutzkäppelchen drin. Ja, und ich habe schon Kleber an der Hand. Herzlichen Glückwunsch. So, und zum Anfang brauchen wir A1. Das ist das hier. Und B1. Das ist das hier. Die sind gar nicht gleich groß. Seht ihr das? Kann ja nur komisch werden. Naja, die soll ich auf jeden Fall jetzt exakt aufeinander kleben. Oh, oh. Da kommt viel Kleber raus. So, Kleber ist drauf. Jetzt klebe ich A1 und B1 aufeinander. Die sind unterschiedlich groß. Seht ihr das? Oh Gott, das rutscht total. Oh Leute. Ich glaube nicht, dass das gut wird. Wir warten jetzt mal fünf Minuten und ich halte es ordentlich fest. Ich nehme mir jetzt doch mal ein paar Klammern zur Hilfe und klammer das einmal. Weil es ist so rutschig und es ist auch nicht richtig zusammen. Naja, vielleicht können wir es dann noch retten. Ich glaube, diese Eierdinger kann man gar nicht retten. So ihr Lieben, ein bisschen Zeit ist vergangen. Ich mache jetzt mal die Klammern ab und gucke, ob es ein bisschen hält. Und ich habe mir jetzt schon mal die Anleitung angeguckt. Wir kleben jetzt auf die A-Seite einfach die ganzen As auf und auf die B-Seite die ganzen Bs. Und dann soll es am Ende ganz toll aussehen. Ich bin gespannt. So sieht es einmal auf A aus und so sieht es bei B aus. Man sieht, dass die Dinger nicht gleich groß sind. Wir gucken mal. 2A ist drauf und es sieht nicht komplett blöd aus bislang. Dann kommt jetzt 3A. So sieht das jetzt einmal aus. Also es wird immer ein bisschen kleiner. So, jetzt sind wir schon bei 4A. Es geht noch hoch zu 9A. Ich bin gespannt. Jetzt kommen auf jeden Fall meine Beine dran. Das Fellhaufen hier in der Mitte ist jetzt fertig. Als kleinen Tipp, klebt erst den Kopf an, weil das Ding hier ist gar nicht in der Mitte vom Schaf. Weil sonst passt das mit dem Ohr nicht. Dadurch, dass es nicht so gut klebt und ich zu ungeduldig bin jedes Mal zu warten, ist es jetzt nicht so schlimm. So sieht das jetzt aus. Ich gebe es zu. So furchtbar ist es jetzt nicht. Aber da fehlt ja jetzt auch noch die Hälfte. Also da kommt nochmal das andere hin. Und ich mache da jetzt aber erstmal wieder ein paar Klammern dran, damit das jetzt wirklich hält. Es ist schon echt viel Puppe, die ich da zusammengeklebt habe. Und dann habe ich am Ende ein sehr dickes Schaf. Ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Es ist jetzt schon ziemlich lang und ich blende euch am Ende nochmal ein kurzes Video ein, wie das Schaf denn jetzt fertig aussieht. Und ja, das war es dann schon. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. So ihr Lieben, ich melde mich jetzt doch nochmal zurück. Also die Hälfte haben wir jetzt eben gemacht. Man sieht, da sind manchmal doch große Abstände zwischen, weil ich es nicht festgepresst habe. Ich habe jetzt immer zwei Sachen genommen, manchmal auch drei und die schon mal zusammengeklebt. Habe ich jetzt meine Klammern drum gemacht und gleich, so fünf Minuten später ungefähr, klebe ich sie dann nochmal alle aufeinander. Weil ich glaube, dann haben wir hier nicht das Problem, dass wir so große Lücken haben. Also jetzt stelle ich hier was Schweres drauf, aber ich habe halt keine Klammern, die so groß sind, dass ich das machen kann. Das passt leider vorne und hinten nicht mit meiner Klammergröße. Deswegen mein Tipp an euch, bastelt euch den Einzelnen zusammen und dann immer Step by Step, dann könnt ihr immer ein bisschen klammern. Und dann klappt das, glaube ich, auch ganz gut, weil eigentlich ist es ja schon ein bisschen niedlich. So ihr Lieben, wir haben es geschafft. Und tadaa, es steht sogar. Gut, von oben sieht es natürlich ein bisschen selten dämlich aus. So sieht das einmal von vorne aus und so sieht das einmal von hinten aus. So unterm Strich macht es auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Es dauert deutlich länger, als ich gedacht hätte. Was auch gut ist, der Kleber reicht und es ist auch noch ein bisschen da. Ohne Klammern würde ich es euch echt nicht empfehlen. Also ich finde schon, dass man auf der Rückseite sieht, dass es besser ist, als auf der Vorderseite, was so die Abstände angeht. Und dass es steht, finde ich tatsächlich ganz cool. Also könnte man es so mit in so ein Osterkörbchen mit reinstellen. Das ist mein kleines Schäfchen. Wie gesagt, ich habe jetzt noch vier andere. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die so findet. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.